hier hinten ist dann noch ein räumchen ja müssen wir uns auch erst mal was mit dem hier keine ahnung hey der hat brüste ach nee nee lass uns erst mal zurück Renn, renn nenn steck mich hier hinter oh hier komm mal hier rein to do list hat sich bei mir aktualisiert ja bei mir auch hallo wir sind freunde wir sind selbst eingesperrt wo arschloch steht vor der türe hier fällt alles um der ist tot der ist tot was der schon tot wo sind wir hin? der ist weg ok ich muss mal was futtern ok ich lass den pfeil jetzt brennen ist mir scheißegal was hier passiert das sind kinder die großen viecher sind kinder ne krank ist ein was ich schätze mal der tue sitzt da nicht im grunde in diesem raum hier guck mal observationsraum f krank ist das das sind alles kinder oder was? alter was sind denn das für missgeburten geworden? das ist bestimmt ein dickes kind was ist da passiert? was ist das? also der war bestimmt bei mcdonalds abartig ach du scheiße ach du scheiße was ist denn das hier? hier können wir uns aufheben ja property of megan keine ahnung jessica megan timmy oh pass auf timmy wo ist so ein fieber? halt ich töte den direkt scheiße auf den sohn wenn das auch so ne geburt ist so töten wir den direkt also ich nehm den nicht mehr mit nach hause den kannst du dann behalten warte mal hier ist musik ich denke da weiter ja toll ich wollte musik hier können wir wieder was angucken bei megan cross was megan cross jessica cross was? ist das auch ne cross? wetteren wirtschaft? keine ahnung hier gehts runter? da vielleicht noch irgendwas? ne hier gehts rein warte 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 pass auf die musik ist zum beruhigen gewesen matthew bei matthew cross oh ja fahrzer war warte mal progress to discovery earnings report okay ok ok messio cross meinst du der vater hat seine eigenen kinder oder vielleicht konnte ich oder vielleicht sind die kinder halt entweder stellt auf die welt gekommen oder so und der umgehen aber war das kind im hubschrauber entstellt gewesen ja ja eigentlich schon aber dann dann keine ahnung da hat der experiment an seinen eigenen kindern gemacht oder was hat er krass kommen wir hierhin ob observations level forest level cave system level level b c d e f g alter das ist alles hier geplant oder was darauf erst mal ein schluck was das ist doch wieder das dinge oder diese ist das da drüben geht es auch noch ein hier höre ich wieder ein alter das muss doch millionen und aber millionen von dollar gekostet haben jetzt kriegst du gar ein bisschen mitleid mit dem hier ist was ganzen schiechern was ist das denn heimat mit ihnen auf dem gang ja er da drüben ist doch ist ein arzt wird doch jetzt bestimmt gleich reinkommen können wo kommen wir denn hier kommt man da gar nicht rein oder hier liegt was ein dinosaurier bei megan cross denn ist die jessica bestimmt die mutter der mädchen der vater und die megan die tochter das kann natürlich sein vielleicht von einer anderen seite mit ihnen mit ihnen mit ihnen ja krasse scheiße was geht hier ab überlegt mal was sie alles gezüchtet haben müssen und babys zum beispiel grün weil ich schon feuergrün die waren leicht rosa sie sind grün wir sind schlecht geworden wie ich erlöse dich tut uns beleidt hier geburtenkäfige ich hoffe hier gerade alles in ruhe ab ein geburtenkäfige das sind inkubatoren oder wie die heißen ja das sind geburtenkäfige miss geburtenkäfige kommst du drüber okay pyramide ach du scheiße da ist das ding alter das macht aber wenn ich dann grüßen tustik und artefakt ja also ich konnte jetzt nichts luten oder so hier kannst du was angucken auf dem boden ihn wieder eine zeichnung von megan cross wir sitzen jetzt noch angucken was eh mein mannequin wo war die zeichnung lag da hier genau ach da weil hier was drin wir können das dinge aufmachen wollen wir wollen wir ja ne ist der das hi basti ist der das ist der das das ist timi oder ist der tot die stadt ging ich bin ich das ist nicht m m m m m Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 daddy's dead hier ist eine hier ist eine kassette die erstmal angucken welche kassette war das er musste denn die letzte gewesen sein das war es nicht die letzte ihr wichser kopiere warte ihr wichser was habt ihr mit unserem sohn was habt ihr mit unserem sohn ich muss mal kurz das fenster aufmachen alter haben die den da echt reingequetscht was für arschlöcher und außerdem was heißt hier unser sohn dein sohn du warst der einzige der den daraus holen konnte ich muss mein team immer noch suchen also als ein anderer team da ist ein team wo ist mein team da alles klar so beendet ich kann nach hause und tschüss ich hab voll geil ist voll das geile video da am laufen leben ja toll ich nicht wo denkt wer an der scheibe hängt zwei anschein die toll ist was man mal gucken wie weit wir jetzt mit so mit der dokumenten sammlung sind sind zwei lieblis ja ich guck mir hier grad das buch an der mensch das die extra ganzen haare haben die ganze seite haben wir noch frei also ich tue das hier durch ne da gibt es schon wir müssen öffnen jetzt lassen wir team wieder zurück wir haben ihn gerade gefunden das tut hier lebt noch der lebt es gibt noch eine chance wir haben den an die maschine angeschlossen hier diese die blutigen fußspuren ja darauf muss ich mir erst mal die cola holen erst mal die nerven wieder beruhigen erst mal so ein snickers so was haben wir hier geld ohne ende kaffee geld alter was haben diese wichser alles gemacht eh das sind keine zombies was sie so die sich das jetzt hier irgendwie herauskristallisiert hat nee das sind irgendwelche das sind menschen menschen mit experimenten die gemacht worden sind was war denn jetzt los hier sind medikamente platin da hinten geht es weiter hier kannst du noch ja ich guck gerade mal hier den raum an platin nee das sind kinder oder erwachsenen oder sogar beides an denen experimente durchgeführt worden ja richtige wir waren noch nicht hier ist eine zeichnung daddy die hässlich ja da sag ich jetzt böse das sind doch hier hä haben wir nicht hier schon nein nein hier wären ja sonst die blutigen fußspuren hier sind ja keine blutigen fußspuren hier sind ja keine blutigen fußspuren ach so es gibt nichts zum speichern ist ja auch gefallen ja ja sollen wir mal irgendwas bauen zum speichern vielleicht wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht wenn wir hier überhaupt bauen können warte ich bauen wir was hehehehehe geht nicht doch hier könnte ich nee hier könnte oder doch doch nee nee ich kann hier nirgendwo hinsetzen was zu bauen scheiße ach du scheiße ok alter was ist das für ein raum jurisch zu hallo guck mal oh das hier unten ist die Höhle kann man hier drauf ja äh scheint so alter die ganze firma ist in der Höhle oder was oh gott die taschen alter krasse scheiße was zur helle geht hier ab los acht ne krasse ven